hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge der ss black nicht smash nicht mann ich fühl grad angriff durch ja fick dich peist auf den angriff alter der mutter ist auch ein angriff alter reich ist klar schon kleinst durch dich doch ich bin direkt runtergefallen alter weil der mic einfach mal wieder alles geschickt das kann doch nicht sein mann mitten mitten beim angriff ne oder wird nämlich komplett am aus am arsch legen alter ich bin immer noch in der zweiten etage und ich bin mitten ins nein wenn ich jetzt diesen verkacke ne das kann ich nicht verkacken noch auf erster etage weil er so viel lack hat aber ich einfach das gehörte muss ich ja das gar nicht ich bin schon wieder alle ich habe und ich bin ganz unten jetzt scheiß ich weiß es nicht in der obersten nach ganz unten nachher an die klasse aber ich bin einer der zweiten da oder wie sie immer auf mich gehen und das ist ja nicht ja retten alle hinterher ihr muschiköpfe ich weiß wir verliegen so oder so klingt voll auf die schnauze ein popcorn hat drei ecken ein popcorn hat trägen und hätte er nicht drei ecken ich bin ich runtergefallen ich bin ich runtergefallen Niklas lebst du noch? ja lebst du eh nicht schießt du gerade wieder auf mich? ja komm ich wurde geblockt bist du runtergefallen? warum was wurdest du geblockt? und plötzlich kommt so ne frau vor mir und plötzlich bin ich einfach so gehakt und still geblieben und wurde dann sozusagen so zurück teleportiert und bin deswegen gestorben da ist er runtergefallen nicht schlecht gefallen 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 ja das war schon wieder mit dieser runde smash bis zum nächsten mal und haut rein lag immer noch